Also, ich fühle mich extrem unwohl hier auf diesem Dach. Von wo werfen sie denn? Guck mal, da ist einer, aber den kriegst du auch nicht, ne? Ob der da hinten sich verschanzt hat, da zwischen den Fässern oder zwischen den Kisten. Aber warte mal, wenn das jetzt eh egal ist hier, von wegen mit Lautstärke und so. Versuch mal was. Haha, Grenade-Kill. Ach, Pfade. Pfade. Das ist aber Pfade. Das ist aber wirklich Pfade. Das war ein anderer, ne? Das war nicht der. Das war einer, der angetaggt war. Na, immerhin. Immerhin. Komm. So, runter da jetzt hier. Wir können hier doch eh nichts mehr ausrichten. Was willst du denn jetzt noch abschießen? Das ist doch nichts mehr, oder? Meinst du, die kommen noch? Da hinten läuft einer. Der ist hinterm Berg. Seinen Hintern? Oh. Ja, jetzt hast du ihn. Gut. Gut. Ne, nein. Ich krieg nur die Sachen, die du hier freischaltest. So, mit Snipernests und Longshots. Und so weiter. Wo denn? Ja. Ja, ich geh mal. Komm, ich geh vor. Ich hab meine Wareout hier. Ich geh mal vor. Jetzt gehst du auch runter. Ich dachte, du gibst mir von oben Feuerschutz. Ach so. Ach so. Moment. Ähm. Munition für meine MP40? Oder kann ich die einsammeln irgendwo? Da hinten? Ein Gegner. Ach so. Du meinst so ein Turret. Okay. Das war jetzt total falsch, was ich eigentlich machen wollte. Moment. Wieso geht denn das nicht? Kann ich die Waffe nicht benutzen hier? Ach so. Ja, ha. Mein Lieber. Ich könnte mal ein Healthpack, äh, gebrauchen. Wie kann ich das nochmal benutzen? Das ist dann mit, äh, auswählen. Healthpack, Medkit. Ja, ich hab schon. Gut. Aber jetzt muss ich mal wieder hier was, äh... Da unten. Ich hab eh nur noch eine. Ich hab noch eine Granate. So. W-Nin. Ach den. Den soll ich mal platt machen. Aber nicht mit der Whale Rod, ne? Mit der Karkaino-Mai das mal. Das ist dann mit der Karkaino-Maria drin. Bärms. Gut. Der ist weg. Was machen die anderen Gefährten da hinten? Die sind immer noch in Alarmbereitschaft. Aber die kommen da anscheinend nicht hinter dem Berg hervor. Äh, bin ich gerade zu hoch gefallen? Oder was war das gerade? Voll die Energie verloren. Hm. Komm. Ja. Genau. Äh, durch den Berg. Müssen wir durch den Berg. Da wo alles rot ist. Macht Sinn, ne? Oh. Stopp. Da ist einer. Relocaten. 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 Der war hier vorne. Ja? Stealthy. Aber irgendwas, irgendwas hat mich hier gesehen eben gerade. Und der war sofort in Alarmbereitschaft. Wo bist du denn jetzt? Da. Zum Stern, ne? Okay. Okay. Ich frage mich gerade, warum die da jetzt... Vorsicht, der kommt jetzt. Hast du? Oh, relocate. Warum denn jetzt relocate? Hat die mal was... Hat das jemand gehört? Ne. Doch. Das ist aber einer, der da nicht getagged ist, ne? Kann das sein? Kann ich hier einsammeln? Irgendwo hier steckt er. Ne! Ne, warte mal. Der ist bei mir. Scheiße. Ja, geht nicht. Musst du kurz abmachen. Du meinst mit der Whale-Rod? Ne, Moment mal. Lass mal auf, was ich hier gemacht. Fahr da mal. Ich versuche mal was. Wow. Oh, der hat aber einen ganz schönen Glitch jetzt gerade. Oh, das sieht gut aus. Komm mal her. Der macht hier den Moonwalk. Jetzt hat er geglitcht. Jetzt ist er kaputt. Knochen gebrochen. So. Wait for my orders. Nothing found. Ich hab immer noch keine Munition für die MP. Oh Mann, das ist ja auch echt traurig hier. Was hat der Kamerad hier? Oh. Na, zumindest eine Granate. Hm? Aber hast du den, hast du den, den Glitch gesehen? Hä, hä, hä. Hätte er da die Treppe runter, oder die Leiter runtergeklickt? Ne? Okay. Ist ja komisch. Achso, da kamst du zu spät. So. Was haben wir denn hier? Darüber laufen? Ja. Womit? Ausschalten? Gut. Oh, und ich hab einen Sniper, ich hab einen Sniper blinken sehen. Warte mal kurz. Ah, ich hab ihn schon mal markiert. Ja, meinst du, der sieht uns hier nicht? Der Sniper? Dass der hier genau die, die, die Schussscharte hat. Hier in dieses Tal. In diesem Durchgang. Ach, guck mal, die unterhalten sich da schon wieder, oder was? Zwei Stück. Granate am besten. Nö. 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 Ist ja wahrscheinlich, weil ich schieße. Und ihn nicht treffe. Low ammo. Na toll. Weißt du? Ne, ich bin hinter dir. Das ist doch der Sniper da oben, oder nicht? Testicle Shot. Ich hab einen Testicle Shot. Ich hab einen Testicle Shot gemacht. Und ich blieh da aus jetzt. Warum? Ich bin hier. Unterm, unterm Baum. Komm, schnell. Was heißt hier denn, ey? Ich blute aus. Nein. Der schreibt hier immer noch Bleeding Out. So, danke. Ich hab nur keine Ammo mehr. Ich hab keine Munition mehr. Das ist das Problem. Ich hab weder in der Whale Rod was, ich hab MP40 noch zwei Schuss. Hier in meiner, in meiner Karkano hab ich was. Ja, das sah ein bisschen merkwürdig aus, ne? Ja. Aber ich hab kein Achievement für den Testicle Shot bekommen. Warum nicht? Weiß nicht. Er hat mir gesagt, hier Testicle Shot. Gut. So. War das jetzt hier? Ich tue mal jetzt ein bisschen mehr Konzentration hier, ne? Worauf man hier... Oh! Wir holzen hier mit Raketenwerfern oder was? Oh, da oben, ich habe ihn... Warte mal. Siehst du ihn? Echt jetzt? Mach ich doch. Wie mache ich das? Da. Komm schon. Da sind noch mehr. Da sind zwei Stück. Boah, pfff. Alter. Wo bist du? Was war denn jetzt los? Ich kann mich IN instruieren. Okay. 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 Au. Okay, also es ist jetzt noch direkt hier an der... Genau, das ist ja dieses Valley gewesen. Den hab ich doch vorhin schon getaggt gehabt. Moment, geht gar nicht. Da, ich tag ihn mal für dich. Da.